Da kommen auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Man kann ja nie zu viel Cleanstone haben Oder sehe ich das verkehrt So, jetzt haben wir 33 Stück von den Dingern Das reicht nie im Leben Aber vielleicht produziert da meine Cobblestone-Fabrik doch ein paar Steinchen, bis ich hier die versetzt habe So Aber ich baue die doch ziemlich schnell wieder ein Na gut, so viel brauche ich gar nicht mehr Nur ungefähr nochmal so viel Da war mal die Framerate total weg Framerate Mir klebt schon langsam das Maul zusammen Neun Ach, da ist noch einer So, Pam Pam Machen wir noch ein paar So, nochmal 33 Stück Jetzt gehe ich mal gemütlich hier runter Dass die Öfen ein bisschen mehr Zeit kriegen Ich klicke auch mal ein bisschen langsamer So Wenn der Boden drin ist und die Fackeln wieder Ach ja, Fackeln Die könnte ich anbringen dabei So Jetzt haben wir die dran Daran, daran So, so Zack, zack Zack, zack Zack, zack Zack, zack Nicht, dass es hier zu dunkel wird Dunkeln ist zwar gut munkeln Aber nicht mit Zombies und Creepern Und ich baue hier nicht das Zeug, damit So ein Pisscreeper wieder kommt und mir alles sprengt Wartet mal kurz Wartet mal kurz Ich muss mich kurz Hinsetzen Anders So Passt schon viel besser Äh, wieso habe ich noch 5 von den Dingern Ich dachte, ich habe keine mehr So Aber jetzt Die nächste Fuhrräte reicht hoffentlich So 12 12 13 12 Und nochmal ein paar So Was macht hier so komisch Ist das der Ofen So Mein Zuckerrohr wächst da hinten munter Ist ja toll So Aber weit komme ich nicht mehr damit So Ein paar brauche ich noch Ein paar nur noch Dann habe ich es Und ich brauche dann noch ein paar für die Bücherregale Die dann ein bisschen erhöht stehen müssen So 8 7 Nochmal 8 Da kommen nochmal 7 dazu So 10 überall hin Haben wir 30 von den Steinchen Die dürfen jetzt reichen Für den Boden jetzt Fürs Erste So 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 Na gut So nicht Wenn ich die so Na Aufeinandersetze Ah Meine Hand verkrampft sich Also ich ja voll Assi Das gibt es doch nicht Wieso reicht das Zeug nicht Hoppala Ich hätte den Stein rausholen müssen So Gerettet Gut Das letzte Mal hochlaufen Aber jetzt ist dann mal Endgültig Schluss Mit hin und her Gerenne Und ab in die Tiefe Und ab in die Tiefe Und das Löchlein Da bin ich mal wieder bei Minecraft Hier mal Mein neues Schwertchen Sieht jetzt noch nicht so Prickelnd aus Bin ich nicht zufrieden mit Aber egal Ich stürze mich mal Ins Getümmel Gucken mal Was hier Sache ist Äh Okay im Keller bin ich fertig Im Keller bin ich fertig Es könnte wieder Regnen aufhören Dann könnte ich auch was Unternehmen Ist vielleicht etwa Nacht Nö Scheiße Ist doof Ich könnte erstmal Was essen Erstmal Na Komm Framer Was Brauche ich denn Steinschwert Eirenschwert Beide hübsch im Arsch Machen wir mal Wieder was neues Zack Zack Da wollte ich hin Stiggis Hier So Jetzt könnte mal Das Geruckel hier Aufhören Wäre Nicht schlecht Und den scheiß Regen Bricht mir total Die Framerate Heute ein Skelett Schön Ernte ich mal Ein bisschen Wieder von dem Zeug hier So Weil ja Die Bücherei Auch noch Wachsen muss Und da brauchen wir Eine Menge Eine Menge Eine Menge Bücher Aber jetzt würde ich sagen Die Buchproduktion Dürfte jetzt mal Endlich Richtig Hinhauen Haben wir ja Für genug Zeug Ich Guck mal schnell Nicht dass ich hier Auf den Mute Knopf gekommen bin Was ich ja Gern mal Schaff Komm her Hier Mein Streit Katana So Tod So Uns regnen Hört es auch Wieder auf Perfekt Wie gerufen Was habe ich denn Hier alles drin Erde 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 Und nochmal Erde So Könnte ich Einen riesigen Erdblock Bauen Ich muss Irgendwie mal Ein paar Rohstoffe Wegbringen Also Cobblestone Und so Und jetzt guck ich mal Wie viel Bambus Ich schon habe Oder Zuckerrohr Eine Menge Dann mache ich Bücher So Hier mal Hier mal auf 11 Hier mal voll 1 2 1 2 1 2 1 2 Dann kann ich schon mal mit der Bibliothek ein bisschen anfangen So Haben wir 11 Stück von den Dingern Und ich brauche jetzt noch die Slabs Stein Normalen Stein Hier nochmal Ah ich muss niesen Ah ich muss mir verkneifen Das ist echt ekelhaft ab und zu Die ganze Zeit muss man nicht niesen Aber wenn man aufnimmt Sofort Hier könnte ich mal ein bisschen aufräumen So Ach ich wollte ja Slabys machen Ach ich habe eh noch 17 Stück Dann mache ich Hier genau in die Mitte Kommt Der Braustand Und Das eine Buch Dann kommt hier Na hörst ruckeln auf So ungefähr Wird zwar ein bisschen ungewöhnlich aussehen So Habe ich Hier rüber So Oh Da sind auch die Bücherregale schon am Ende Ich müsste mal echt gucken wie das Ding abhaut Der komische Stand zum Zum Na In Tee pushen Dann könnte ich hier mal anständig hier Reißen Aber ich brauche sowieso noch einiges an Bücher Muss ich mal gucken ob ich irgendwo noch Holz habe Oder ich schon wieder Hacken gehen muss Ah 30 Holz hier rinnen Weizen haben wir jetzt ohne Ende Und die Sonne geht schon wieder unter Dann lege ich mich mal schnell schlafen Dann habe ich hier mal eine Ruhe So leg dich hin So Kurz die Ärmel hochgekrempelt in der Zeit Wo er sich mal ausschläft hier So Bam Türe zu Und mal hier zu der Tür gehüpft Und raus Und das Schwertchen gezückt Und der Spinne mal Eins Von Lutz Oder bist du nett Du bist eine nette Spinne So Aber Sicherheitshalber Lass ich lieber mal Das Schwert Das mir ein bisschen verkrüppelt aussieht Es soll ein Katana darstellen Habe ich aber Irgendwie mords die Probleme gekriegt Dass ich das irgendwie Richtig hinkrieg So Jetzt muss ich hier rinnen mal aufräumen So Ich klatsche mir mal ein bisschen Erde hier rein Bisschen Terraforming Muss ja jetzt auch sein So Hier So Wieso habe ich schon wieder Knochen dabei Die Axt werde ich